hallo und herzlich willkommen zu stürmen news ja heute habe ich mal ein fifa 19 youtuber cup auf meinem kanal der erste spieltag hier gegen julian also an boxen gameplay der führt das ganze aus in meiner gruppe ist dann noch der leon 1405 also der gruppe b ist dann noch jannis der sammler und spidey und normal war noch anton dabei aber der ist jetzt kurzfristig aus irgendwelchen gründen ausgestiegen ja so und heute kommt das erste spiel für mich in dem cup und zwar hier gegen julian und jetzt wünsche ich euch viel spaß bei dem ersten spiel gegen an boxen gameplay und sage noch mal bis gleich hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder stürme ja heute kommt das rückspiel von dem youtube cup und zwar hier gegen julian hallo das hinspiel habe ich leider 2 0 verloren und wer noch nichts weiß von dem youtube cup und zwar sind da drei spieler in jeder gruppe coba gruppe b ich bin gruppe a mit eon also leon 1405 und mit julian der gruppe b ist jannis anton und das bei die also es gibt immer ein hin und rückspiel ich muss jetzt gucken dass ich gewinne wenn ich muss ich gegen er noch gewinnen auf jeden fall sonst will ja dann war es das nämlich ja salat hat schon wieder eine ausstellung gerne da krieg ich ein zu füllen also mann hat zwei tore gemacht im hinspiel also auf dem muss ich aufpassen und noch salat der ist ziemlich schnell der salat berg ja muss mich ein bisschen konzentriert deswegen rede ich nicht so viel ja abgefälscht ecke ball was nein alles gibt es nicht okay alles schon jetzt jetzt muss ich schon zwei tore machen wieder ja keine ahnung wie auf der teig überhaupt schreibt oh man ja das überhaupt ja ne leon grezke eigendor steht hier was ich finde es gut ich nicht ja das stimmt mir braucht die punkte eher als ich bin ja schon so gut wie durch warum läuft er hier weg ich glaube ich könnte er und eigentlich an sich gerade sogar schützenhilfe geben mal sehen ob ich mal glaube aber nicht nein das gibt's nicht alle der hält ja alles hier der alison oh was war das für ein rotzpass ey was macht der äh was spiel ich mir denn hier zusammen oh nein der war ein bisschen zu scheiße gespielt ah man ey Mist hier ey wie frühzeitig hier erhöhen jules hat ein starkes team das ist ja gegen bayern nein och das ist doch nicht wahr ey 2-0 weg ach man das kann doch nicht wahr sein sich das so gut war dass ich mir die bayern ausgesucht habe jetzt vielleicht doch barsther behalten sollen ja egal ja ich glaube es war besser als paris die du zuerst hattest ja das sowieso oh nein bis sie da mal hinten sind oh fast oh also die bayern abwehr also gut süd ist noch recht schnell aber der rest oh schieß doch schieß doch das kann hier relativ schmerzhaft enden aber es kann auch richtig geil enden ach so kater oh was war denn das für ein pass das war ja das war ein faul faul reichschuss von dem da wird er da durchgekommen da wird lustig gewesen das gibt's nicht nein was spiel ich denn da jetzt ich will mich in der raum 2-0 ausruhen ich will weitermachen ich will weiter drüber schießen es macht spaß nein das gibt's doch nicht so jetzt money oh nein ne doch nicht bimino ja dann hätte ich voll verkackt ich krieg bald die krise alexander arnolter platz hat zeit und für mich nur spät oh doch manee manee scheiße uh ah ich muss drei tore machen wie soll ich das machen gegen liverpool knapp am dritten aber es soll noch nicht sein irgendwie ja super nein oh nein was machen die oh man ist denn die behindert die behindert oh was ein schlechter pass ey lauf alter so gleich ist halbzeit boah ey so komm eins noch nein als doch vor der halbzeit schade ja auch so schön wahr zu sein so das war schon mal nicht meine halbzeit so schauen wir mal die statistik gleich an so hier drei schüsse von mir sieben von ihm dann hier schüsse aufs tor 3 zu 5 ballbesitz habe ich mehr zweikämpfe 2 zu 3 fouls hat er eins ja oh was hab ich denn wieso ist ein command im sturm hä ja kein wunder ey koretz rodriguez auf rechts außen ja was ist da passiert was machst du denn ey das war ich aber nicht ja kein wunder dass hier nix beruch klar bewüstet alles ja ich hab doch gar nichts verwüstet das siehst du auch am anfang so da kann ja nichts gehen hier so zweite halbzeit sada command ist doch kein stürmer höchstens außenstürmer sowas nein so jetzt aber frühen ausrufezeichen setzen mit kater und von mir aus egal das dritte noch nachlegen boah so kater sala nicht im abseits spiel den noch mal runter auf kater ah hast du eine flanke alter was spiel ich rassier ball aus ey mann mann flanke ist in ordnung kommt keiner dran noch mal die möglichkeit du bist du mich verarschen ey Fabinho das ist mal knapp uuuh aaaaaaah mann ist deutlich mehr für mich drinnen ey und ich nutze es nicht waaah Robertson komm heit was ist der lahmarschig der typ oooh nein 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 falscher spieler das kann es doch nicht geben uuuh der ist ein bisschen zu weit lol was macht denn der oh sala ooooh aber command ist auch schnell problem boah äh faul jaaa so 30 minuten noch ich krieg die kotze ooooh jaaa komm zieh, 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 komm, du schnell, du schnell, du schnell jaaah, ey, da klappt ja gar nix heute das wäre so wichtig das hinspiel verloren jetzt verliere ich nochmal oooh 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 was mach ich denn oooh 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 wie gegen eon ja das ist der holt auch alles hier raus das ist nämlich schön richtig gut alle ist gar kein oft so jetzt schickt man nicht der schick halt den anderen ist mir auch wurscht ja nein warum spiel dich nicht flach hier Idiot wäre vielleicht noch mal interessant geworden oh stark was ja so dahinten das Ding ja gut Alter ja den hat er sogar was mach ich oh da ist doch keiner Mann das ist halt richtig hässlich enden können hier aber nein ich wusste mal wieder meine Chancen nicht das ist doch nicht wahr boah ey wieder runter oh Mann ich will einfach noch eins mal haben ja weder bleibt oder ich will noch eins ich darf am besten keins kassieren sonst wird es richtig ekelhaft ja ja huu was was ist das come on so 83 jetzt wird es noch mal spannend das ist oh auch oh Nein! Nein, Zahle! Komm, hopp! Komm, einen krieg ich noch hin, Archie. Ich muss mich jetzt hier endgültig den Wind aus den Segeln nehmen. Ja! Komm! Ja! Komm! Jakiri! Was? Komm, schnell, Abstoß! Also... Du zwei Chancen nicht, ey. Jakiri ist halt nicht so der Tor, Mann. Uh, jetzt muss ich aufpassen! Jetzt muss ich aufpassen! Ich bin dazwischen gegangen. Kater, komm! Komm, 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 komm! Das ist ne... Alter, hallo! Oh, nein! Nein, 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 nein... Komm! Nein! Firmino! Nein! Nein, ey! Ja! Ja, ihr habt es gesehen. 2-1 verloren. Das heißt, 0 Punkte gegen Julian. Jetzt muss ich gegen E.ON beide Spiele gewinnen. Dann könnte ich theoretisch vielleicht noch weiterkommen. Nicht theoretisch, dann kannst du ja dann weiterkommen. Ja. Also gegen E.ON muss ich gewinnen. Ja. So, da bin ich wieder. Und jetzt habt ihr das Spiel gesehen gegen Julian. Ich habe 2-1 verloren. Also 0 Punkte im ersten Spiel. Und somit 0 Punkte. Und das Hinspiel hatte ich auch verloren. 2-0. Also komplett verkackt. Jetzt muss ich gegen Leon auf jeden Fall alles gut machen. Dass ich überhaupt weiterkomme. Das werdet ihr auch hier auf meinem Kanal sehen. Das Hinspiel und das Rückspiel wird bei Leon kommen. Ja. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten FIFA YouTuber Cup Video und Ciao Kakao. und dann